Das erste Mal in Berührung mit EcoHead bin ich als Kundin und mir ist sogar aufgefallen, dass es sich sehr angenehm anfühlt auf den Kopf. EcoHead hilft mir bei der Arbeit, um den Wasserstrahl besser zu kontrollieren. Dadurch läuft dem Kunden viel weniger Wasser in die Tore und ich bin viel schneller beim Auswaschen der Rohrfarbe. Die Kügelchen in der Brause reduzieren den Wasserverbrauch um 60%. Gleichzeitig hat man aber viel mehr Wasserdruck. Ausserdem wird Rohst und Klo aus dem Wasser rausgefiltert und das Haargeherbeheigungsschneidung. EcoHead sind 100% recycelbar.